In jeder echten Märchenwelt gibt es immer einen Waisenkönig, eine schöne Prinzessin, einen tapferen Ritter. Ich bin Ritter Rost. Ich bin der tapferste Ritter in ganz Schrottland. Rosti, pass doch mal auf! Und einen gefährlichen Ritter. Hinterhältigen, fiesen Bösewicht. Ich bin der König. Nein, du warst der König. Es gibt nur noch einen, der ihn aufhalten kann. Schrottland existiert nicht mehr auf der Landkarte, von nun an trägt es den Namen Neuschrottland. Und der König von Neuschrottland bin ich. Was? Der hat einen Vollschuss. Verrat mir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Na wo wohl, unter sternenklarem Himmel? Wie sich's für tapfere Abenteurer gehört. In 2013. Ich werde in die Welt hinausziehen. Schurken bezwingen. Ha 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 ha! Hol die Jungferne Nöten befreien. Ha ha ha! Drachen erlegen. Ja, aber so einen Glutzbruder einen Kopf kürzer zu machen, stresst mich total. Das große Abenteuer. Wollt ihr euch dünner machen? Ha ha ha! Kein Schritt weiter, Großbrotz! Auf nimmerwiedersehen, du dumme Einwegdose! Ha ha ha! Ha ha ha! Schleift sie rund! Abschmieren! Ha ha ha! Eisenhardt. Cool. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Rebecca Roast! Ab sofort bekommt ihr alle Schimpfworte zurück! Bagger Birne! Botherapy einen Blatt mit. Euch werde ich motorspieliac und vereinимор Erle visionית Suusworldsgeschichte hin and refine, Vielen Dank.